Wie wollten sie doch die Welt verändern? Cool-Stories diverser Autoren wollten Martin Semmelrogge und Arne Nobel am Donnerstagabend im Eilsfleter Heilsaal präsentieren. Kurzfristig änderten sie jedoch ihr Programm. Der bekannte Schauspieler las aus seiner Biografie ein wilder Ritt durch 50 Jahre Paragraphistan. Arne Nobel hingegen blieb der Ankündigung treu und las unter anderem Texte von Dylan Thomas, aber auch eigene. Insgesamt gestalteten die beiden Freunde so einen teils humorvollen, teils ernsteren, aber auf jeden Fall entspannten Literaturabend.